Jetzt kommen wir zur Bekanntgabe der Funke-Runden in Bremen. Ganze drei Stück sind dort vorhanden. Solltest du noch weitere kennen, würden wir uns freuen, wenn du uns Bescheid gibst. Jeden Dienstag trifft sich die norddeutsche Runde auf Kanal USB 24 und 26. Eine CB-Runde Norddeutschland funkt jeden Sonntag ab 17 Uhr auf Kanal 17 USB. Und im Stadtgebiet wird auf Kanal 3 gefunkt. Viel Freude wünschen wir den Bremern beim Funken und hoffen, ihr werdet bald noch mehr. Eure Arni